ja nicht im keller nein wir sind im freien warum auch immer tja schuldig schuld zur schulde jetzt also da lang ich weiß nicht ob ich hier lang gehen will ich habe ja keine andere möglichkeit folgen wir den pfad aus kuscheltieren das ist auch immer so ein bisschen komisch wie so kuscheltiere im wald ist halt immer so so ganz ganz miesen beigeschmack wiesenpanda ich kann doch gar nichts machen keinerlei interaktionsmöglichkeit hier hallo hallo ja ja hallo 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 i'm lucy hello lucy i want to be your friend lucy okay okay ach du scheiße ach du scheiße ja ja also unsere tochter ist ja selbst erklärend ne irgendwie hört eine stimme aus dem fernsehen aus dem radio sogar wo keinen schlüssel gefunden ja das war denn wohl ein folter geist oder ein dämon und die hat denn bloß böse gemacht und wir sind hier im baumhaus ja wahrscheinlich haben wir besessen von dem dämon und und ja wir haben wohl dem vogel was angetan und der freund war es und mutti war wohl ein bisschen böse ach der scheiße und wir haben ein radio diese augen so gleich mal schlüssel wer hätte es gedacht und und deshalb haben wir medikamente bekommen und wir waren dafür auch noch lucy irgendwie die diese spritzart fallen lassen und wir warten blöse alright n c n m n n n n n n It has to go away. Don't tell anyone, Missy. Me and you. I want to help you. It's not what it seems, Missy. Your parents wouldn't understand, Missy. Only you can understand. Get rid of it, Missy. Do it, Missy. Do it, Missy. Do it. Get rid of it, Missy. Do it, Missy. Get rid of it, Missy. Do it. Get rid of it, Missy. Do it. Missy. 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 Do it, Missy. Get rid of it, Missy. Your parents wouldn't understand, Missy. Only you can understand. Look at this. You'll understand. You'll understand. The road won't... Let Die. You'll understand. Get rid of it, Missy. siendo... Listen. 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 Cut! What? What? Oh Scheiße, oh Scheiße, Alter, was los, was, 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 oh nein, ich bin weh, ich nehme Schuss. Nein, nein bitte sag mir nicht, dass das alles Lichtschalter sind, sind jetzt alle Lichtschalter? Nein, nö, 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 nö. Ich hab so ja keinen Bock dahin zu gehen. Ich hab so ja keinen Bock dahin zu gehen. Wirklich. Das ist alles fucking nö. Oh, nö. Schön bewaffnet mit zwei Feuerzeugen. So, wie fehlt mir das? Ich kann sie nicht mehr nehmen, Alter. Das ist doch nicht normal. Mach das Haus hier, die Scheiße. Oh, nee, Alter. Sind alles weg hier. Ey, nein. Sind wirklich alle... Ist noch jedenfalls weg. Ah, shit, ey. Ja, man ist... Tatsächlich bin ich gerade wirklich... Gehempf, was ich jetzt hier machen soll. Ich möchte mich nicht groß bewegen. Das haben uns mal erst mal ein paar Tabletten drin. Und kipp mal hier. Was ist hier los? Hallo? Oh, das ist aber auch unangenehm. Irgendwas drinne? So, was? Irgendwas war da. Oh, meinst, nee. Oh, meinst, das Feuerzeug ist fast leer. Das wird auf YOLO hinauslaufen, das wird auf scheiß YOLO hinauslaufen, das ist das Feuerzeug Das Feuerzeug ist leer, tauschen wir das mal Ich schmeiße ihn nicht weg, ich schmeiße mein Feuerzeug jetzt hier weg So, haben wir das fallen lassen So YOLO Oh, bitte, 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 nicht irgendetwas schlimmer passiert Nein, 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 nein Oh, bitte Oh, ich will passen Okay Oh, hier ist auch alles Alles fucking duster hier Alles scheiß duster, ey, wieso? Oh Was soll ich denn machen? Was soll ich denn jetzt machen, Alter? Was soll ich denn tun? Oh, das Licht wird wirklich gut sein Ich muss hier jetzt mal eine Kerze einstellen Oh, nein Oh, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you So So Oh Warum schwebt denn das ja jetzt rum? Hallo? Hallo? Herr Metz Die Flasche ist leer, ne? Ist doch schön Kann ich hier? Alter, ich habe hier keine Kerzen mehr Ist doch scheiße Nein Nein Was? Was? Nein Nein Oh nee Jetzt ist hier eine Türe Oh nee Oh nee Oh, man fährt sich raus Oh nee Oh, ey, heute leidig Wirklich Heute leidig da ist übrigens unser kleiner peacock anscheinend gefoltert worden oder getötet worden oder ich hab keine ahnung was das ist piki ja ja Also wendet wirklich irgendwie. Wenn das ihre Schuld ist, also quasi diese Schuld, was da so ausgeschrieben war, dann sich das auf diesen Vogel, den sie wahrscheinlich getötet hat, als sie besessen war, ist, und dieser Raum ist voller Vogelkäfige, dann ist das ja wie so eine Hölle. Und wenn ich dieses Atmen höre, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ob diesmal hier keiner drin ist. Da hatte ich noch ein Feuer zu Heck. Heck hat mich wirklich gerade hier erinnert. Das ist nicht schön. Geht sich gut. Ich muss mal kurz hier entspannen, im Licht. Alter. Er wirklich alles in mir sagt, geh da nicht rein. 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 Woher komm ich denn auf hier zurück? Woher komm ich denn auf hier zurück? Woher komm ich denn auf hier zurück? Alter. Geh da nicht. Oh. Fick das Steak. Oh. Oh. Oh... 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 Ach Gott... Ich hab doch noch gerade was ich gehört... Oh... Jetzt ist der Chess voll zu leer... Das Feuerzeug ist leer... Es darf doch nicht leer sein... Und ich kann nicht mehr zurück... Ich kann nicht mehr zurück... Ich kann nicht mehr zurück...